Der Tag des Herrn lehnt dich zur Ruhe ein, in der Zeit für Gott. Der Tag soll in der Bibel sein, in der Zeit für Gott. Wer Gottes Wort befolgt, der wird gesegnet sein, Gottes Gesetz ist gut und rein. An sechs Tagen schuf der Herr die Welt, den siebten hat er für die Ruhe erwählt. Der Tag des Herrn lehnt dich zur Ruhe ein, in der Zeit für Gott. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020